Es war Irgendwie ein Brummkreisel Egal in welche Richtung Wenn ich nur den Anzug und das Hemd tragen würde Müsste ich mich entsetzlich erkälten Sollte ich aber den Rollkragenpullover Und den dicken Daffelkot anziehen Sähe ich aus wie ein Waldschrat Auf der zumindest mir wichtigen Party Wer kann das entscheiden? Ich hab den Acker bestellt Ich hab mal den Deckel bezahlt Meine Hände immer wieder auf und zu Und auf und zu gehen lassen Im Wirtschaftsstandort Deutschland Nun ist kein Lohn mehr vorhanden Soll es alles schon erlebt sein von mir? Wie soll ich mich verhalten? Wer kann das entscheiden? Ich mein, ich weiß es einfach nicht genau Natürlich würd ich gern auch in die Sonne fahren Aber fliegen viel zu teuer Fahren viel zu anstrengend Und im Auto wird dem Hund immer schlecht Ey sonst lass uns doch hier in Marburg bleiben Da ist jetzt auch mein Oberstadt-Joma Und überhaupt geht es uns im Moment doch Echt ganz gut so weit Also warum was verändern? Nur keine schlafenden Hundebäcke Vielleicht könntest du uns was leckeres kochen Und noch einen Gruselfilm ausleihen Oder was hältst du von einem Western? Na, wer soll das jetzt alles wieder entscheiden? Ich vielleicht? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.